Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Far Cry New Dawn hier auf dem Channel. Und direkt bei Ammod geht es auch direkt mal los mit, wie hat man es auch gedacht, Blumen sammeln. Ganz wichtig. So, wir gucken nochmal weiter. Was haben wir noch hier? Nana. Ich hätte Nena schön gefunden. So, die Raffinerie, da könnten wir natürlich mal hin. Das ist ein schicker Außenposten. Ich würde sagen, wir gehen da mal hin, oder? Würde ich schon mal behaupten, ne? Äh, wo ist denn das? Da hinten. Ist hier irgendwo ein Auto oder so? Wir könnten ja mal ganz kurz gucken. Hätte ich prinzipiell nichts gegen. So, oh, hier ist noch was zum Einsammeln, glaube ich. Das hatten wir schon. So, das hier. So. Okay. Okay, okay, okay. So, na, komm mal her. Timber. So. Der war noch wichtig. Der muss sich unbedingt noch einbauen. Das fand ich ganz wichtig, ne? So. Ähm. Oh, so. Ne, das ist ein Pfosten. Okay. Ich bin aber auch ein Pfosten. So. Entschuldigung. So, oder oben steht, glaube ich, was. Oben auch mal da sehe ich was. Dann gehen wir da mal hin. Oder laufen wir mal hin. Wie auch immer. So. Ähm. Nein. Nein. Da ist nicht gut. So, ich geh mal hoch. Ich geh mal hoch. Und das Interessante ist, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das ist auch sehr interessant, aber ich nutze die Situation mal und... Hey. Hey. Wüsste Bescheid. So. Hey, eine Quad-Fat, die ist lustig. Eine Quad-Fat, die ist schön. Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Ähm. Wir fahren mal eine kleine Runde, das ist auch immer wichtig in so einem Spiel. Genau. So was zum Beispiel auch. Weißte Bescheid. Weißte Bescheid. So. Oh, ich halte hier schon mal an. So. So, so. Mh-hm. Ähm. Wie kann ich denn... So. Auf drei war das Ding. Ähm. Ach, das ist die Musik. Oh. Bitte. Ich dachte grad schon. Hm. Ich seh keinen. Hm. Ich seh ernsthaft keinen. Ach doch, da oben. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Oh. Hm. Soll ich mal? Oh nein, treff ich von ihr nicht. Ah doch. Jetzt. So, das war ja schon mal nicht schlecht, wenn wir mal ehrlich sind. So. Was macht der runter? Mist. Äh. Wir schicken ein paar Problemhilfe als Verstärkung. Nö, lass mal. Den lassen wir mal machen. Ey. Geht's noch? Also wirklich. Jetzt reicht's mir aber. Was ist noch nicht besser verdient. Das ist nicht gut. Na, komm, ein bisschen schneller. Und jetzt würde ich mal sagen, ich gehe mal ganz schnell wieder nach hier. So. Ähm. Vielleicht könnte ich ja mal nachher hier ein bisschen was mitnehmen. Aber ich halte das für keine gute Idee, wenn ich ehrlich bin. So. Könnte ich hier gerade noch Blume sammeln? Das wäre natürlich erst mal wichtiger. Aber anscheinend nicht. So. Äh. Wer? Ach, da. So. So. Kommt ich auch nicht hierher, Kollege. Oh. Oh, das bleibt doch mal stehen, Mann. Das ist ja ein Langweiler, ich sag' euch. Da ist es nicht mehr nochmal. So. 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 Ähm. Hä? Der ist gerade einen markiert ohne... Ja gut, er, aber... Sonst sehe ich, wenn ich ehrlich bin, keinen. Hm. Jetzt vielleicht... Immer noch nicht. Mann, was sind das? Ja, vielleicht sollte ich, obwohl näher es ist, in der Nähe von dem Gerät. Keine gute Idee. Okay. Wehe, hier ist wer drinnen. Das wäre grad nicht so optimal. Ach, Mann. Kann ich das Ding auch manuell irgendwie... Nee. So. Hm. Den krieg ich nicht, da ist die Blechwand. Die Blechwand, wie beim Auto, weiß er Bescheid. Ich hoffe, da kommt nicht noch wer. Das war nicht so optimal. So. Hä? War da noch wer? Da war doch noch wer. Oder nicht? Ich glaub, da war noch wer, oder? Hm. Ja, ähm... So geht's natürlich auch, ne? Die Raffinerie. Wie? Das ist aber raffiniert. So. Ähm... Oh Gott, war da schlecht. Es gibt Gerüchte, dass es beim alten Schrottplatz dahinten die absurdeste Vorrichtung aller Zeiten gibt. Wer so viel Zeit darauf verwendet, sowas zu bauen, muss gutes Zeug versteckt haben. Geh doch mal hin und sie nach. Okay. Auf der Karte anzeigen. Wo ist das? Ja, das geht aber. Oh. Okay. Das ist recht interessant. Hier ist auch noch was. Okay. Gut. Ähm... Genau. Das hier einmal und dann wollte ich hier mal hin. Öffnen. Öffnen. Interessant. So. Dann gucken wir mal. Ähm... Rang 2. Interessant. 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 Äh... Die würde ich mir ganz gerne mal wiederholen, wenn ich ehrlich bin. Oder? Was ist das denn? Nein, man. Nein, man. Äh... 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 Hä? Was ist das denn hier? Hm. Das habe ich schon. Mhm. Ich habe aber schon einiges hier, wenn ich ehrlich bin. Gut. Die sind mit Sicherheit noch nicht freigeschaltet hier. Ne. Gut. Dann würde ich mal ganz kurz wieder hier hin. Ähm... Dann würde ich sagen, nehmen wir uns irgendwas von hier. Äh... 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 Ich tendiere ja... Was ist das denn? Okay. Okay. Hm... Hm... Oh... Äh... Äh... Das hier würde ich nehmen, oder? Aber... Äh... Äh... Ne, das hier nehme ich. Ich nehme das hier. Äh... Äh... Hier oben? Ne, geht nicht. Packen wir hier rein. So. Äh... Dann machen wir einmal den hier. So. Eintauschen. Alles eintauschen. Machen wir einmal hier. So. So. Das hier... Äh... Können wir da irgendwie... Herstellen. Herstellen. Ich weiß, wir können es auch finden, aber wenn wir es schon mal haben, ganz ehrlich. Ne? So. Okay. Das sieht recht interessant aus. Ähm... Oh, ich glaube, das hat sogar... Ähm... Nein, ist egal. Ja. Okay. Ähm... Dann gucken wir mal auf die Karte, wo es jetzt hingeht. Ähm... Eigentlich wäre hier keine schlechte Idee, wenn ich ehrlich bin. Dann können wir auf dem Weg ja hier vorbei. Dann gehen wir erstmal da hin. So. Ähm... Hier ist Auto. Hier gibt es sogar Autos. Juhu. Obwohl da vorne steht schon was. Ganz ehrlich, dann nehme ich das mit. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. So. Fahren. So. Dann geht es los. So. Oh Gott. Ich fahr mal der Route entlang. Ne. Was soll schon schief gehen? Einiges. Warte mal. Irgendwas ist doch hier interessant. Äh... Okay. Äh... Äh... Ein Vorteilspunkt der... Ach stimmt. Vorteile. Da fällt mir was zu ein. Das würde ich gerne machen, wenn ich ehrlich bin. Ein... Oder... Fortge... Ja komm. So. Dafür brauchen wir acht. Dafür zehn. Okay. Und danach haben wir es. Ja. Das hier würde ich gerne auch noch machen. Ach können wir sogar. Ja komm. Dann machen wir das doch mal. Und wenn das schon mal so ist. Dann würde ich nochmal ganz kurz zurücklaufen. Nochmal ganz kurz zurücklaufen. Dann würde ich nämlich noch was mitnehmen. Dann würde ich noch was mitnehmen. So. Zack. Kann man hier noch... Dann würde ich nämlich gerne nochmal das... Nein Mensch. Hier. Das mitnehmen. So. Zack. Kann man hier noch hier. Herstellen. So. 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 Haben wir jetzt auch wieder alles dabei, ne? Das wollte ich nämlich unbedingt haben hier. Jetzt müsste hier, genau... ...würde ich erstmal das hier standardmäßig ausrüsten. So, ein kleiner Umweg. Unter unten liegt noch Titan, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das richtig sehe, müsste das hier drin sein. Genau. So, wir knacken einmal. So. So. Zack. 19 Stück. Naja, das war ja mal nicht so wenig, ne? So, ähm, ja. Ja. So. Wir könnten mal ganz kurz hier... Ähm, oh. Ja, gut. Ähm, wo hatte ich denn jetzt das Ding hingestellt? Oh. Gut, wenn ich will, der hat's schon, ne? Äh, äh, wo hab ich denn jetzt? Hier. Ich glaube in diese Richtung. Schätzungsweil. Schätzungsweil, ne? Schätzungsweil. Ja, dahinten. Da hinten. So. Habe ich das da hingestellt, oder? Kann... Ach ja. Hier ist das Foto. Okay. Dann war das wohl von mir. So. Zack. Und weiter geht's. Kleiner Umweg, wie gesagt. Aber der hat sich auch gelohnt, wie man gesehen hat. Ich glaube, ich muss schon wieder... Ich halte nicht an. Ciao. Ich halte nicht an. Das tue ich mir jetzt nicht an. Kleines Wortspiel. Ich tue mir das jetzt nicht an. So. Äh, ich hab keine Ahnung, was wir gleich machen hier. Aber wir werden's in den paar 500 Metern, die wir noch haben gleich sehen. Halber Kilometer, besser gesagt. Ne. So. Ohoho. 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 Und Schabekurbel. Krieg ich die? Jawoll. Ein bisschen langsamer geworden ist das Problem. So. So. Komm, wir machen mal Tee. Ey. So. Ohohoho. Gott. Das war nicht so gut. Ich sag es nur. So. Was ist mit dem da? Nein. Ist ja auch egal. Ja. Oh, nochmal ne Schabekurbel. Naja, die war nicht so eng wie eben, aber hey. Wer bin ich schon? So. Da sind wir. Kann ich hier ganz entspannt hin? Oder? Ich glaub nicht, ne? Oh, das kenn ich auch noch. Ja, das kenn ich auch noch, glaub ich. Ich glaub, die Stelle kenn ich auch noch hier. Was ist? Was ist los? Ja, das kenn ich noch. Das kenn ich noch. Da ist man, glaub ich, von da oben in so einer Seilrutsche da oben rein. Aber die ist leider nicht mehr da. Schade. Die war schön lang. War auch echt interessant. Was ist mit ihr? Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du's glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich nänner nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwaymen eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich hab hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten drei Käse hochst, die Leviten liest. Ah, okay. Ich bin gespannt. So. Begib dich zur... Okay. So. Ich hab schon mal unser in die Hand genommen. Ich weiß nicht, ob das eins ist. Kann ich hier... Kann ich weggehen? Ah, okay. Ähm... Helme. Helme? Das oder was? Schätzungsweise das, oder? Ja! Okay. Warte, mach ich den hier. Okay. Zehn Stück. Ich hab keine Ahnung, wie viel Zeit das ist. Äh... Ach so. Ich bin so blind. Mist. Ah! Fährt da... Oh nein! Das dauert ja Jahre. So. Von der Zeit her müsste das eigentlich locker reichen. Oh, den hab ich sogar. Ähm... Bin ich blind? Ich bin blind. Ähm... Hallo? Ich seh nichts mehr. Hä? Ich hab überhaupt nichts mehr gesehen. Hallo? Was soll denn das? Irgendwie... Wo muss ich ihn jetzt hin? Ach, hier bin ich. Ähm... So... Ähm... Was soll denn... Äh... Ne. Zählt das da auch, ist die Frage. Immer weg. Nö. Gut zu wissen. Dann mach ich mal ganz kurz hier. So. Der erste ist hier. So. Zwei. Drei. Vier. So. Der links ist jetzt nichts mehr, so wie ich das sehe. So. Jetzt geht's hier weiter. Fünf. Hier ist sechs. Hier ist sieben. Hier ist acht. Oh. Ähm. Neun. Zehn. Ähm. Ich wollte noch... Warte jetzt hier... Es wird schwieriger. Schieß auf einen Helm, um die zweite Runde zu starten. Oh ne. Ist die Zeit jetzt kürzer? Ja, einer weniger. Oh. Ach, die bewegen sich. Alter, ist das... Voll schwer. Alter. Ich werd so verkacken. Ich kann das doch überhaupt nicht. Mensch, was willst du von mir spielen? Alter. Fick dich. Hä? Willst du mich verarschen? Es gefällt nicht, wie er bis er oben ist. Warte. Na, endlich. Auch zehn Stück, ey. Ich hab nur noch eine Minute. Jetzt mach Dampf. Alter, erzählt auch... Mann. Komm mal. Juh. Äh. Nein, warum? Die Hälfte wäre geschafft. Juh. Mehr als die Hälfte. Tante. Tante Emma. Tante Emma... Tante Emma... Ah, den... Nee. Ach, Mann. Ja. Zwei Stück noch. Wäre das nicht gut. Na komm. Na komm. 15 Sekunden noch einen. Das werden wir wohl hinkriegen. Oh. Gut. Und jetzt? Achso. Ja, gut. Äh. Ja, bind mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich hab etwas für dich, das bisher nur ich geschafft hab. Schletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lass ein paar Ballons als Ziele steigen. Oh Gott. Du würdest nicht glauben, wen ich alle schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindruckt mich und trifft die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die einzige, die alle geschafft hat. Mhm. Oh, ich nehm erst noch mal ein bisschen was mit hier. Das kann ich leider nicht mitnehmen. Das ist Schabel. So. Achso, das war runter im Weg, wa? Okay. Ich geh mal hier hoch. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. So. Das haben wir. Äh. Gut. Hier ist noch was, aber kann ich auch nicht mitnehmen. Oh. So. Da sind wir. Und mit sauberen Schuhen kann ich anscheinend besser sehen, wie sie gesagt hat. So. Oh. Okay. Mist. Komm schon, die dürfen nicht so hoch. Oh. Oh, dauert das lange. Pff. Das ist ein Augemensch. Oh. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Das ist der letzte. Herzchen. Ich bin Herzchen. So. Ähm. Oh nein. Oh nein. Probier das mal hier. Oh ne. Was soll das denn?